Dann würde ich ganz gerne noch auf das FCKW-Verbot eingehen. Mit welchen Widerständen mussten Sie überwinden? Gibt es da prägende Gespräche, Diskussionen oder Momente, gerade in der Auseinandersetzung mit der Industrie, die sich da natürlich erstmal auf die Hinterbeine gestellt hat? Natürlich gab es, das war eine meiner Schlüsselerlebnisse, auch die Frage, wie nutzt du Wissenschaft? Wir hatten wissenschaftliche Ergebnisse von, wie Sie hinterher herausstellen, ganz herausragenden Wissenschaftlern, die gesagt haben, es gibt eine Verbindung zwischen diesen Fluor, Chlor, Kohlen, Wasserstoffen, FCKW und der Zerstörung der Ozonschicht. Und wir müssen die verbieten, weil wir sonst gewaltige Probleme menschlicher Gesundheit und Ähnliches haben. Und das haben wir dann in Angriff genommen. Es gab aber mindestens so viele Wissenschaftler, wahrscheinlich noch viel, viel mehr, die der Meinung war, diese Verbindung FCKW und Ozonschicht ist nicht richtig. Du kommst ja nie dazu, dass die Wissenschaft eine Meinung hat. Du hast immer einen Unterschied, bis zum heutigen Tag mit Klima. Das ist genau der Punkt gewesen. Und wir haben uns eben auf großartige Persönlichkeiten verlassen. In Deutschland war das Paul Grutzen, Nobelpreisträger, hinterher dafür, dass er diesen Zusammenhang hergestellt hat. Heute 80-jährig in Mainz noch lebend, langjähriger Chef des Max-Planck-Instituts für Chemie. Also eine ganz, naja, wenn Sie so wollen, Überzeugungsfrage der Zusammenarbeit mit Wissenschaft, was uns zugute gekommen ist, dass wir das dann so vorangebracht haben, dass es heute als Beispielgebend angesehen wird, war die Tatsache, dass wir Ersatzstoffe gefunden haben, von denen wir jetzt auch wieder einige haben, die sagen, die ersetzen zwar FCKW und sie haben keine schädigen Wirkungen für die Ozonschicht, aber sie haben Probleme für das Klima. Also es ist eine Daueraufgabe. Aber dass dort die Wirtschaft massiv gearbeitet hat, zu sagen, das ist absolut nicht belegt. Das hat sich dann geändert, als Ersatzstoffe da waren und als wir auch einen großen Frond gemacht haben, um den Entwicklungsländern den Einstieg in die FCKW erst gar nicht zu begründen, sondern da schon Alternativen zu haben.